So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klaus rasiert sich. Heute gibt es eine Produktvorstellung, die ist definitiv nicht bezahlt. Und zwar geht es um diesen Kandidaten hier, ein Ace Vivi, ein Ace Vivi Rasierer. So, so kommt das gute Stück nach Hause. Den gibt es für ungefähr 7 Euro aus China oder für circa 12 Euro von dem Bruder, der Chinesen aus Hamburg. Mit dabei sind einmal 5 Rasierklingen. Über die mache ich mir später mal Gedanken, die kommen heute definitiv nicht zum Einsatz. So, was den Rasierer so besonders macht, ist, tadaa, sein Kopf. Er hat ja auf jeder Seite ein anderes Kopfdesign. Und zwar haben wir eine Offenung Kamm und auf der anderen Seite eine geschlossene Schaumkante. Der Griffel Surm, massiv, relativ schwer. Ein klassischer Dreiteiler, zerlegen, Kopfplatte, Deckplatte. Es scheint egal zu sein, warum man die Kopfplatte draufpackt. Also beidseitig sieht es gleichermaßen geradeaus, könnte man jetzt sagen. So, oben noch eine ganz passable Ätzung drauf, würde ich mal sagen. Müsste eine Ätzung sein. Na, ich sag mal, der Chrom am Kopf. Ja, man sieht ein paar Punkte, aber naja, wir reden von 7 bzw. 12 Euro. Das ist jetzt kein Mühle für jenseits der 30. Und hier auch nichts Spektakuläres. Aber wie gesagt, 12 Euro. Unterer Bereich ist immer der Kopf macht optisch schon mal eine ganz gute Form. Gucken wir mal gleich, wie es weitergeht. So, gefüttert wird der Achevivi mit einer Ladas. Gefolgt von Tabak-Ordinalseife. Ne, die Aftaschiffbahn kommt man jetzt im Einsatz. Der Stein der Waisen, aber der Lügendetektor für Rasubran. So, da die Tabak-Seife ja einen Magdome hat, dass man einen Barashop mag heute nur zum Pinsen einweichen und für Frischwasser dann nach dem ersten Rasierdurchgang. So, jetzt nochmal kurz zum Rasierer zu. Der Grundgedanke, offener Kamm, geschlossener Kamm, ist, dass man so jetzt nach drei, vier Tage bald erst mit dem offenen Kamm das grobe weghaut. Und dann mit dem geschlossenen Kamm hinterher geht für die Feinarbeiten. Oh, schauen wir mal, wie gut das gleich geht. Also nicht so wie üblich nach zwei, drei Zügen einmal wenden. Das könnte man natürlich auch machen, wenn man wollte, aber fällt mit ihm hier eigentlich flach. So, geladen geht er klassisch. Ich öffne ihn schon mal zum Teil mit der Ladas. Die Ladas hat heute einen dritten Einsatz. Ich meine, ich habe die Klinge schon sechsmal anderweitig verwertet, also die hält einige Durchgänge. Der Kopf ist ziemlich leicht, also es klimpert metallisch. Es scheint auf jeden Fall Alu zu sein, aber der Kopf Solo, es hat kaum Gewicht. Mal gucken, mal biegen und dann mal hier reinschreiben. So, na, sorry. Klinge. Dann wird das Ganze zusammengeschraubt. So. Das schaut optisch ganz passabel aus. Was oft schon in Internetforen oder auch in Facebook-Gruppen mitgeteilt wird, das Innengewinde hier oben, in dem Griff. Moment. Das hier. Sitz ziemlich gerne Rost an. Da soll man einen Tropfen zwei Öl reinhauen oder Fett. Also ich meine, jeder hat jetzt zu Hause ein bisschen Olivenöl oder hat man nicht wegen Butter, Margarine. Ich meine, das ist Lebensmittel. Sollte auch für die Hautverträglichkeit relativ unbedenklich sein. Also soweit mein Ratschlag. Also ich hole da gleich ein bisschen Margarine dran und dann ist die Sache für mich gegessen. Weil wenn das ranzig ist, dann wäscht man das aus und fertig und hat auf jeden Fall kein Maschinenfett oder Maschinenöl im Gesicht. Also man kann sicherlich auch anders dahergehen. Ist jetzt meine private Meinung dazu. So, dann kommen wir zu dem Eigentlichen. Da war es mal schön. So, wie immer bei mir, der nasse Pinsel wird sachte ausgedrückt. Aber er wird ausgedrückt. Lieber ein bisschen zu wenig Wasser mit zu viel. Wasser nachholen ist kein Thema. Wasser raus geht schlecht. So, dann drehen wir mal ein paar Runden. Wie man jetzt sieht, das ist schon sehr dick und weiß. Da kann man ruhig wirklich mal eintunken. Mal ein bisschen Wasser nachholen, das ist okay. Aber da kann man sich im Nachhinein darüber beklaren, ja. Ich weiß nicht, ob ich es gerade schon mal erwähnt hatte. Das ist jetzt ein 3 Tage Bad. So, dann haben wir mal ein bisschen was zu tun. So, das soll im Großen und Ganzen an das hier einfach reichen. So, ich bin da der Gesichtsschäumer. Von daher ist jetzt alles zu dick. Ich muss noch ein bisschen flüssiger und flutschiger. So, in etwa stelle ich mir den ganzen Spaß jetzt vor. Ja, ich brauche noch was für den Pinsel. So, Pinsel steht. Super. So. Der Acevivi oder Acevivi. Hm. Na dann. Wollen wir mal loslegen. Er ist der Durchgang mit dem Strich auf Nackern. So. Wollen wir nach einer Halbenbange dann Ruhe geben. Oh, er macht Kratz geäufig. Nicht unangenehm. Okay, Leute. Der Abtrag ist auch in Ordnung. Also ich muss eins sagen, der Griff gefällt mir auch wie ein Föhrschmer, der ist schön griffig, schön groß, also schön groß ist ja jetzt relativ, aber man hat was in der Hand. So, nicht schlecht, nicht schlecht. So, machen wir jetzt mit der Kontur nicht groß übertreiben. Im ersten Durchgang ist noch was da, aber schon mal einiges weniger. Eigentlich gut erkennbar. So, dann auf zu Runde 2. So, man hat noch ein bisschen Luft reingebracht in die ganze Geschichte und schon sieht der dünne Schaum ein wenig dicker und schaumiger aus. So, jetzt geht es weiter mit dem geschlossenen Kamm und jetzt auch dann gegen den Strich. Ja, ich sag mal, ich würde jetzt machen Hälfte, Hälfte. Ich sag mal, die rechte Seite mache ich mal mit dem geschlossenen und die linke Seite mit dem offenen Kamm, um einfach mal ein bisschen den Unterschied zu merken. Oftmals wird geschrieben, dass der Hurl auf beiden Seiten sich gleich anfühlt. Jetzt machen wir mal was dran. Jetzt machen wir mal was dran. Jetzt machen wir mal was dran. So, das fühlte sich jetzt doch ziemlich gut an, muss ich gestehen, also nicht schlecht. So, ein bisschen jetzt Two-Face. Andere Seite, offener Kamm. Schauen wir mal, was da jetzt so kommt. So, also sofort vom Feeling her ist der offene Kamm, obwohl er normalerweise ein bisschen aggressiver sein sollte, vom Feeling her deutlich sanfter. So, das wird hoch sein und deintemps Lizard Lager. Aber meiner Meinung nach, wenn es tatsächlich eine dunkle Kl Orlando wird so sichtiger wird, Das ist natürlich schlecht, weil es richtig sanfter. Nämlich nicht so und ganz ehrlich THYLches einfach nicht ganz Circuit, aber natürlich auch immer das gibt viele Menschen diejenigen, auch dafür sind. iniere und die должноpassen, die Rebecca nicht so weit blö 써. So jetzt hier unten in der Mitte der Speichel, der jetzt rechts links getauscht, das mache ich jetzt mit einem durch und fertig. So, alles in allem, die Problemstellen sind recht sauber, Kierkopf, wie übel, nicht übel. Noch, noch mal ein bisschen Kulturen nachgehen, damit man mit dem Offen kann. Okay. Okay. Gut. Ich bin soweit mit dem Ergebnis zufrieden, also echt nicht übel bis jetzt. Wasser rauslassen, den soll hier auch noch mal ordentlich fest schauen. Das wäre nicht übel für so eine relativ einfache Schweineburste. So, ich mache ihn mal ein bisschen sauber und dann geht es gleich weiter. So, da dreht jetzt mit. So, die Haare schwingen nicht immer ganz mal. Egal. Ja. Der Arze oder Arze Vivi Open-Closed-Comp-Kombi-Obel. Ja. Wie eingangs schon gesagt, für sieben Euro in China mit ungefähr sechs Wochen Lieferzeit oder aus Hamburg für ungefähr zwölf. Da sind wir dann bei drei, vier Tagen. Also der war jetzt wirklich relativ zügig da. Ähm, ich finde gut. Muss ich jetzt sagen, bei mir hat er super funktioniert. Aber die Problemstellen unten am Kehlkopf gerade, relativ gering ausgefallen. Also, was da über ist. Aber, wie gesagt, also für zwölf Euro oder sieben, je nachdem wo und wie und ihr Lust und Zeit habt, echt für mich eine Empfehlung. auch in Verbindung mit der Ladas, in meinem Fall jetzt der dritte Durchgang. So, wenn man die Klinge nicht behandelt, ist sie nach dem zweiten Durchgang, da läuft es eigentlich richtig sauber. So, hier nochmal. Na, man könnte jetzt gleich einmal vorher Korken, einmal durch eine Korken ziehen. Ja, genau, Korken. Durch den vom Rotwein zum Beispiel machen manche Leuchte für etwas extremere Klingen, wie eine Fäser oder eine Schale. Könnte man bei der vielleicht auch machen. Ich meine, wie gesagt, die erste geht und dann bei der zweiten richtig geil und super. Und die dritte auch dürfte, also ich sag mal, so sechs Grasuren gehen mit der Klinge. So, wie gesagt, der Rasierer, guten Job soweit. Jetzt kommt der Stein der Weisen. Jetzt kommt der Stein der Weisen. Sicher alles so Ecken, wo man das jetzt ein bisschen merkt, aber ja, ich sag mal, nicht so, dass ich das leichter brennen nicht auch mit so manch anderem Hole schon habe. Man kommt auch mal darauf an, wie aggressiv das über die Haut geht und letzten Endes auch die Rundlichkeit ist immer so ein Kompromiss. Zwischen wie aggressiv gehe ich ran und wie viel lasse ich stehen. Also dafür, das hat jetzt wirklich... Baby Poco ist. Bin ich zufrieden. So, abschließend machen wir es in Ilea, der Klassiker. Ich ziehe bei mir auf das Abends die Rasur. Deswegen kommt hier ziemlich großartiges drauf. Gut, das war es soweit von mir. Ich hoffe, ihr hattet gefallen an dem Video und auch an dem Produkt, also an dem Rasierer. Ich hatte gefallen, der wird jetzt fest mit meiner kleine Rotation kommen. Also, klein ist jetzt vielleicht untertrieben, aber der kriegt einen festen Platz als Arbeitsgerät. Genauso wie der Griff. Den können wir ja universell für eigentlich fast jeden Kopf mit M5-Gewinne nutzen. Da wird sich bestimmt der ein oder andere Einsatz noch verfehlen. Ich denke mal, unter dem Rock schnell macht er sich auch ganz gut. Aber dazu mehr später. So, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Genauso könnt ihr unten gerne ein Abo dalassen, damit werdet ihr immer sofort informiert, sobald ein neues Video online ist. Im Regelfall, einmal die Woche. Das ist doch nicht. Hochzeit.